WE WERE DONT! WE WERE DONT! Ich verarschen. Hallo? Ultraleck. Ja, ich dacht's mir. Wahnsinn. Ha. Oh ja. Mir fällt gerade ein, ich muss das Geld doch wieder überweisen. Oh. Boah. Ich glaub das liegt noch gar nicht auf der Bank. Muss ich mal gucken. Hier liegt's wie irgendwo daheim. Bitch please, 100 Dollar. Das liegt ohne Schei... Es liegen hier 80... Das liegt einfach herum. Das könnte es jeder stehlen aus deiner Familie. Ah. Genau. Ja, ich hätt' gesagt, gehen wir jetzt zu Georg oder... Ne, äh, Simon, komm gleich mit mit mir. Uh, du hast selbst... Uh, 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 ich kann's mir schon denken. Kommen wir nur noch gar n kurzen Feuerzeug. Ah, so, da drin ist schon eins. Wieso geht ihr jetzt bei euch ins Partei? Ich dachte wir gehen alle... Er wollte nur wissen, wo's bei mir hingeht. Ja, ich komme... Ach so, ja, stimmt. Wir gehen dann eh zu dir. Also, wenn es nicht dahin führt, wo es soll, dann kommen wir eh natürlich eh zu dir. Ich geh' schon mal auf jeden Fall rein. Uh, und gemeinsam, und, ja. Und, wie sieht's aus? Warte. Warte. Ob ich nicht frage, ob es schneller ist bei dir oder bei... Ne, gut, wir sind... Äh, zwei. Ja, genau das gleiche. Ja, wie bei Techit, wie bei Techit. Das Start. Ja, ihr seid genau nebenan. Ne, das ist mein Techit. Aber lol, ich sage euch jetzt eins... Wenn wir wieder zurückgehen, spawnen wir bei deinem. Ja, es ist so... Es... Wir sind... Irgendwie ist das Portal komplett woanders, als ich zum ersten Mal alleine drinnen war. Und ich steh' bei Georg im Haus, ja. Ja, das ist... Oh, Mann. Wenn wir da jetzt wieder reingehen, sind wir wieder bei Georg seinem Portal. Äh, Diamanten! Da, oder? Oh! Ah, ich hab mein Schwert gehabt. Ah, da drüben. Kann ich's bitte haben, kann ich's bitte haben, kann ich's bitte haben, geht. Oh, Entschuldigung, ich hab's, warte, ich bin gerade am Weg zurück. Oh, sechs Diamanten. Das hat ich komm schon wieder. Jawoll. Schwertieb. Bitte, bitte. Äh, sonst nehmen wir die... Mushrooms mit. Und lappe dazu sie. Oh, bitte. Let's chill. Let's chill. Let's chill. Chill mal. Ich denk mir auch gerade, du bist gerade herumgesprungen. Dankeschön. Alter, wie schnell sich das abbauen lässt. Ultrageil. Hoho. Wenn man einmal die... Ähm. Okay, Moment. Das sollte eigentlich nicht sein, hätte ich gesagt. Wer sollte das sein? Das ist, äh, das ist mein Cousin. Das ist mein Cousin. Ja, sag ja bitte. Aber es... Der hat der Schwimmel verlassen. Okay. Ich hab ihn gebannt. Ja, okay. Oh. Achso, ihr ist gerade oder was? Ja, steht der da. Wurde gesperrt. Achso. Nee. Habt ihr in der Hölle? Ja, weil ich ihn gebannt habe. Das steht zumindest bei mir in der Konsole. Ja, bei mir steht's nicht. Habt ihr ne Burg schon gefunden irgendwo? Nee, leider. Aber die muss ja immer in der Nähe sein. Die ist immer in der Nähe. Nee, muss nicht sein. Nee, muss noch. Die sind... Nee, muss nicht. Ja, meistens sind sie in der Nähe, aber... Ja, da hast du Glück. Nee. Alter, was passiert, wenn man diese Zombie-Pigments lang anzieht oder so, da dagegen läuft? Nichts. Ah, dagegen läuft, ist auch kein Problem. Aber nicht schlagen. Niemals schlagen. Niemals schlagen. Da hast du sooo ein Problem. Niemals. Den hast du nach. Alter, bei mir stehen gerade fünf um mich herum, aber sie sehen mich an den Waren. Alter, schlag die bloß nicht. Ich markiere nur ein wenig den Weg. Achso. Ja, merkt man sich einfach schnell... Ja, geh mir wieder in diese Richtung. Wenn du... Wenn du... Sonst dass die Lava... Nicht... Naja, versteh dann. Wie viel hab sie denn brauchen wir eigentlich? Wie viel hast du bereits? Äh... Elf. Ja... Vm-Frahl ist ab, ist ja egal, oder? Puh, okay. Machst du ein Zeichen wieder mal? Oh, ein bisschen. Ja, ich bin plötzlich die ganze Zeit fucking. Achso, okay. Oh, ein Scheiß-Gast. Achso, warte mal, da oben ist ja schon Ende. Da hinten... Bist du schon oben bei der Lava gewesen? Ja, die hab ich eingesperrt, glaub ich. Moment, ich muss meine Sicht weiter, weiter stellen. Was für ein Lavasee. Oha. Alter, ich höre die ganze Zeit einen Scheiß-Gast. Oh man. Ja, ich höre auch gerade einen, jetzt höre ich's. Hörst du ihn? Quack, ich verschwind mal lieber. Fabus, hörst du ihn? Ja, ja. Hört sich an, als wär der irgendwie in der Nähe. Ja, dann hier auch gerade. Alter, da ist weit und breit nix. Oh, Georg, ich hatte vergessen, dass ich mir Essen mitnehme. Also ich... Du musst das... Julian, du musst das mit der Diamantspitze abbauen. Oh, danke. Jetzt verwechsel's. Ja, ich würd sagen, da geht's nicht mehr, aber besonders weiter. Warum höre ich hier den Gas? Ist der entweder über uns oder unter uns? Was ist denn das da eigentlich für ein Material ist das Seelensand? Du stellst ihn. Keine Ahnung, liegt doch da. Hey Georg, ich zeig dir was. Du? Ah, ich habe ihn gefunden! Was? Da unten ist er. Was? Ja, schnell weg von dem. Ich habe leider keinen Pfeil mit. Oh, leider, das leckt. Ja, toll, auch genau davor. Dort hinten, irgendwo da war er gerade. Wow, wow, wow. Wieso... Wieso hört sich das bei mir so an, als wäre der direkt neben mir? Wow, Hilfe, Hilfe! Wow, wow, wow. Entschuldigung. Ich hab ihn irgendwie aufgeweckt. Jetzt ist er aggro auf mich. Ja, wenn er... wenn er ganz aggro wäre, mach ich halt so... Ja, hat er ja gerade. Und er spuckt nämlich schon diese Feuerwehr. Was? Okay, gut, dann habe ich bei mir einen anderen Gast wie bei dir. Uuuuh. Oh, da. Aber er ist irgendwie wieder weggeflogen, also der ist ein bisschen dumm. Bei mir ist... Egal, kann ich mir in Ruhe das abbauen. Also sollen wir schon ein bisschen Quarz sammeln, oder? Äh, Quarz... Ja, ich hätte jetzt eher das Dings abgebaut. Was? Die Leuchtsteine. Wie heißen die nochmal? Achso, klar. Ja, ja, ja. Ja, ist viel besser, gut. Weil mit dem Quarz... Weil... Ich meine, ich baue ihn ja auch gerade ab, weil ich gerade muss, aber was mache ich mit dem? Ja, mit dem kannst du verschönern und Redstone Zeug mitmachen. Oh. Also, ein Tageslichtsimulator... Äh, Tageslichtsensor und... Ähm... Wie heißt das Ding? Comprehender oder irgendwie so. Was halt extrem schnelle Clock von selbst ist und... Mit der du Kisten tricksen kannst, wenn... Wenn man etwas aus der Kiste herausnimmt, ist das so wie mit einer Redstone Chest. Oder wenn du etwas in die Kiste hineinfüllst, ähm, dann schickt das automatisch ein Redstone Signal weg. Okay. Ist so rassig. Ich bin gerade fast ganz runtergefallen. Hohohohoho! Unwalk alone unwalk alone! Oh gott ich brenne! Uh, nicht gut. Naja... Gar nicht gut Fabian hat nämlich kaum noch leben. Da brennt man schon lange. Das Schlimme ist, in der Hölle fließt Lava fast zu schnell wie Wasser. Jaja, tut's auch, ja. Das hasse ich so sehr. Alter, jetzt hör ich schon 2 Kars. Kriege ich hier richtig nen Verfolger. Warte mal. Die Bulmen sind hier echt selten. Wir müssen da wieder zurück. Lea, weißt du noch, wo... Wie wir zu Julien reingekommen sind? Wir hatten keine Daten dann da, ja. Ne, zu Julien reingekommen. Weil da oben steht noch ne Kiste. Ja. Ah, da. Ja, gut. Ähm, Georg? Ja? Ich weiß gerade nicht wirklich, wo es zurück geht. Auch die Daten sind 0,0. Ach so. Also minus 20... Ach da, hab schon, hab schon. Ah, minus 20... 1 oder 0 oder so. Ist das immer so, oder...? Was? Ist das bei... bei der Hölle immer so oder Zufall? Nein, ich glaube, das war gerade reiner Zufall. Okay. Ah, ich hab den WG schon wieder gefunden. Oh, ich bin zu Hause. Ich will ja auch wieder weg. Ich hab hier ein bisschen... die ganze Zeit so grummelt und... Alter, ich find irgendwie kein Clostone mehr. Ach so, an der... wie mach ich das denn dann den Clostone? Ja, vier. Also vier. Ja, vier. Okay. Sehr gut. Hallo, Sibon. Hast du einer sagt, was du das so? Nee. Ich hol mir den Clostone da oben, Georg siehst du den? Hier, das überall hier. Oh, ja. Das sind fette... Nee, nee, das kann ich schon sein. Nicht böse gemein. So wie du mit der Mathelehrerin heute. Ich brauch deine Hilfe nicht. Nein. Das ist das geilste. Dann hat er die Mathelehrerin verkrault. Based on a true story. Oh, ist das Philopsysian. Too much for me. Abpassen. Raus mit dir. Wo ist Water? Mann, warum läufst du da rein? Ich bin da gestanden. Nee. Doch? Nee. Doch. Okay, dann nimm doch. Das ist... Boah, jetzt haben wir dann aber genug. Das sieht die an. Halte, der ist überliegt gerade. Oh ja. Oh Gott. oh mein gott oh mein gott oh mein gott ich habe was gefunden gib mir bitte ich glaube das können wir es in ruhe lassen ich habe was gefunden muss ich jetzt auch nicht abbrannen oder diamanten so ein paar mehr und ich gebe sie dir nach der georg ihr habt ihr könnt ihr mit dem quads so die level farmen das ist genial kriegst so die extrem xp dafür hast du alle bevor ihr sie abbaust sag's mir bitte weil das nicht nicht dass die unterlage ist lia hast du hast du die hast du das eisen geholt das was du gebrannt hast nein das sollten wir noch machen ja es war ungefähr ein stack das war scheiße wir haben da noch genug redstone den bekommt man nicht so viel das eisen braucht noch ja egal muss einfach aus vor allem für den dinge ist er wieder lange hallo also so gut Warte als Kindes bei der Probe ich hab grad Fuss so ein Schwein zu mit dem Spumste geschlagen um gut wie sie nicht alte in ihrer Probe Simon wenn wenn es der Georg schlägt dann macht ihr das gar nichts es ist nur noch gleich Ja, ich weiß nicht. Ich hab mir immer gedacht, dann greifen die alle... Na. ...dingern, alle... Ach so, ne, ich nicht. Nur den einen? Ja. Okay. Ja, immer nur derjenige, der geschlagen hat. Du darfst ihn ruhig schlagen, Georg. Ist mir ziemlich egal. Fick dich. Fick dich. Okay. Hier drüben war nichts mehr. Alter, das Teleportieren beim Portal geht so langsam, dass ich total herumglitsche, wenn ich portiert werde. What the heck. So, hier ist Dex. An Fabian und Georg und alle anderen. Leck, alter, Ultra-leck, was war das gerade? An Fabian und Georg und an alle anderen, die halt wieder so irgendwie in die Hölle das Zeug farmen werden. Dann bitte die ganzen Dinger da, weißt du, diese Säulen, damit man zum Kloster kommt, abbauen. Das ist voll die Verschandelung sonst. So, ja. Da steht aber noch was dort. Ja. Wir direkt sehen. Auch da 사건 auf dem suit. Aufschlag. inquisit. ��is". reports. Wir sind vondein. Wir sind schneide. Wir sind im Liner. Wir sind umricks. Warumflanzecken. Bis zum nächsten Mal.